Wir sind das Team von E-Light Innovations und wir entwickeln und produzieren maßgeschneiderte Elektrolyte. Wir sind ein hochmotiviertes Team mit mehr als acht Jahren Erfahrung im Bereich Elektrolytentwicklung. Unsere Mission ist es, für alle Energiespeichersysteme den passenden Elektrolyt zu entwickeln. Der Elektrolyt, sozusagen als Herzblut der Batterie, macht die Batterie erst möglich. Das heißt, wir haben bestimmte Einsatzgebiete, wo eine Batterie wirklich maßgeschneidert sein muss. Und das ist genau das, wo E-Light Innovations ansetzt. Der Markt konzentriert sich momentan zu 99 Prozent auf Hersteller in Asien. Dort herrscht ein extremer Preisdruck, den wir auch spüren. Wir denken aber, dass wir dort einen Marktvorteil in Europa platzieren können. Wichtig ist, wenn Probleme auftauchen, dass man die einfach offen anspricht, auch wenn es ab und zu mal unangenehm ist. Gemeinsam im Team dann so lange dieses Problem bearbeitet, bis es behoben wurde oder zumindest den Lösungsweg gefunden wird. Wir sehen durch den Gewinn des Awards die Möglichkeit, mehr Menschen von der Notwendigkeit einer klimaneutralen Mobilität zu überzeugen. Und dadurch unseren Kindern eine nachhaltige und grünere Zukunft zu ermöglichen.